Schach-Uhr, die Schach-Uhr, die Schach-Uhr, na ok, die Zeit läuft, so, einen wunderschönen guten Abend, heute zu einer neuen Serie, vorgelesen, nicht gedacht, leider ist meine unfassbare, fantastische VR-Brille, der Steinzeit-Defekt, die ist dafür gedacht, kleine Bildschirme riesengroß werden zu lassen, oder auch nicht, sie ist kaputt, verdammt, als erstes lese ich einen Videotest vor, nehmen wir mal den hier, ohne Brille läuft natürlich gar nichts, so, gucken, 15 Minuten habe ich noch, was nehmen wir denn an, spannendes Spiel, ein Top-Scorer, Donkey Kong, ist das nur ein Affe, oder nicht, für die fantastische Atari 2600, die, ob ich da vorne stehen mag, kann sie nicht sehen, Zu den ersten Coleco-Kassetten, für das Atari-System, gehört unter anderem, Gorf und Wizard, Aufwurr, zwei Spiele gegen Ende, der Arbeiten an diesem Buch, dem Autor, null Spielanleitungen vorladen, somit also nicht getestet werden konnten, warum das jetzt hier steht, man weiß es nicht, Nintendos Original Donkey Kong, nun, wer den Donkey Kong Spielhallen, mit vier wechselnden Displays, und als Kassette für das CBS Coleco Vision 3 Displays, gesehen hat, der wird von dieser Fassung enttäuscht sein, das gilt übrigens auch, für die Donkey Kong-Version, für Mattel Intellivision, der Affe hat zwar affenähnliche Strukturen, ist jedoch erschreckend abstrahiert, auch der Ablauf ist erheblich vereinfacht worden, ohne dadurch allerdings einer spielerischen Pass zu werden, immerhin war diese Version noch mit zwei verschiedenen Displays, das zweite Bild gibt ein Gerüst im starren Aufbau da, das dem Original nicht entspricht, auch können keine Gegenstände des entführten Mädchens aufgenommen und in Bonuspunkte verwandelt werden, vielleicht, äh, vergleicht man nicht mit dem wirklichen Original, sondern mit anderen Versionen dieses Themas, dann kann diese Fassung dennoch eine Herausforderung sein. Schade ist es trotzdem. Der Autor dieses Buches gab das Spiel 4 Punkte, symbolisiert wird dies durch einen Würfel, der die 4 zeigt, damit man sich das vorstellen kann. Grafik 4 von 6, Toneffekte 3 von 6, Originalität 4 von 6, Beeinflussbarkeit unfassbare 5 von 6. Falls Sie sich wundern, warum ich eine kurze Hose an und eine dicke Jacke, ich lebe in der Eiswelt, wo nur oben kalt ist, unten ist es warm. Das kann ich verpacken. Der Tipp des Tages, heute Tomb Raider, random aufgeschlagen, mal gucken, wo ich mir das besser vorstellen kann, eine Säule in der Mitte ist zu sehen, ich weiß nicht, ob das Bild vielleicht verkehrt rum ist, mal schauen, kann auch sein, kann nicht sein, muss nicht sein, der Tipp lautet, ziehen Sie ihn einmal den Weg, der dem Wasser am nächsten ist, entlang. Springen Sie dann hinter den Quader und schieben Sie ihn einmal. Das war der Tipp des Tages heute, Tomb Raider 1. Die Zahl des Tages ist eine Zahl, eine Verkaufszahl eines Systems. Nein, das nehme ich nicht. Da muss man ein bisschen gucken hier. Ah, hier. Würde Sega aus der Vergangenheit zurückkehren mit Hardware in die heutige Zeit, dann wäre Sega auf Platz 2 der Hardware-Charles. 30 Millionen Sega Megawatt verkauft. Ich kann das jetzt nicht zeigen, das ist zu episch. Gehen wir innerhalb einer Stunde weiter. Wie Sie sehen, habe ich ein Bücher aufgestellt. Leider habe ich das fantastischste Buch all dieser Bücher nicht gefunden. Ich lege das mal hin. Manche nennen es das Gesicht vom Mars, manche nennen es Geröllhaufen. Ja, darüber gibt es ein ganzes Buch, über dieses fantastische Phänomen. Dieses, ja, wie soll ich sagen, random aufgenommenen Fotos auf dem Mars. Man könnte auch ein Foto von den Wolken knipsen und sagen, ein Ufo in den Wolken. Der Glückswürfel will zeigen, welches Buch ich zitieren darf. Nur fantastische Bücher hier. Erich von Däniken habe ich mich geirrt. Ich kann ja mal weiterschauen hier, beiseite hier. Das erste Eisenflug vom Himmel. Das Netz. Armstrong. Wir waren die Ersten. Arctis. Himmel und Hölle zugleich. Nimesis. Costa Rica. Ostkanada. Sri Lanka. Hawaii. die allseits beliebte Volksbibel. Welches Buch wird es heute sein? Die Würfel. Ich weiß, es sind keine zwölf Bücher. Ich konnte kein zwölftes Buch auftreiben, weil ich ja zwei Würfel habe. Wenn die Zahl zwölf, sechs und sechs ist, dann beginnen wir wieder von vorne. Fünf und fünf, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich nehme trotzdem lieber die Volksbibel. Das habe ich mal so entschieden. Die Seitenzahl, auch sie muss... Nein, die Würfel ich nicht aus, hat mir die Regie gerade eben gesagt, die es nur beim Kopf gibt. Ich sehe die Uhr nicht, das darf nicht sein. Ich lese aber nicht eine ganze Seite, sondern nur noch einen Satz. Mittlerweile hatte David schon Falt im Gesicht und beeilt geworden. Obwohl man ihm eine Heizdecke ins Bett packte, wurde ihm nicht mehr richtig warm. Sein pflichtige Personal sagte dann zu ihm, Verehrter Herr Präsident, wäre es nicht eine gute Idee, wenn Sie sich noch ein Mädchen ins Bett holen, an die Sie sich rankuscheln könnten, um warm zu werden. Die könnte dann auf Sie aufpassen, Ihnen das Essen holen und Sie bedienen. David war einverstanden. Jetzt suchen Sie im ganzen Land nach einer schönen jungen Frau, die vorher noch mit keinem geschlafen hatte. Schließlich fanden sie Abitschak, die aus Schunehm stammte. Sie wurde dann zum Präsidenten gebracht. Abitschak sah noch schöner aus als Germanys Next Topmodel. Sie kümmerte sich ab und dann dem Präsidenten und bediente ihn. Sie schliefen aber nicht miteinander. Wie dieses wahnsinnige Abenteuer weitergeht, lesen Sie es selber. Ich weiß nicht, wie weit ich dieses fantastische Buch zitieren darf. Die Volksbibel. Wenn Sie die Bibel noch nicht verstanden haben, ich habe es nicht, muss man meinen Eierschäbel kratzen hier. Wegen dieser viel zu kühlen Mütze. Was können wir denn noch vorlesen? Die Bücher kippen voller Begeisterung schon um. Erich von Deenten immer wieder ein fantastisches Buch. Jeder weiß, die Außerirdischen kamen natürlich aus Kastro-Brauxel. Wir sind alle Außerirdischen hier in der Europastadt. Ja, wir können ja noch einen fantastischen Test anfügen. Wir haben doch Zeit. Die Regie hat mir gesagt, die Sendezeit ist noch nicht beendet. Was könnte man denn da nehmen? Vielleicht ein nicht so gut bewertetes Spiel. Mit nicht so guter Grafik vielleicht. Ein Spiel, was zerrissen wurde. Es hingen hinter den Erwartungen der Fans zurück. Vielleicht hier Space, Voltures, Geier im Weltraum. Große und kleine Flattervögel, besagte Weltraumgeier, greifen die Planeten an. Sie gilt es abzuschießen. Die eigene Rakete ist etwas unbeweglich. Das Ziel ist nicht präzise genug möglich. Wie kann das passieren bei einem so fantastischen Abschießspiel eine nicht präzise Steuerung? Zwei Punkte auf einem Würfel nur. Zum besseren Verständnis zeige ich wieder diese zwei Punkte. Unsere Grafikabteilung ist leider unfähig, deswegen muss ich das so machen. Grafik nur drei von drei, Toneffekte nur zwei von sechs, ich meine natürlich drei von sechs, Toneffekte zwei von sechs, dabei weiß doch jeder, dass aus dem Honeymax HMG 2650 was zur Hölle auch immer, was das für ein System ist, ja, da muss doch ein besserer Sound möglich sein. Originalität nur zwei, Geier abschießen ist nicht mehr angesagt hier in diesem Buch. Beeinflussbarkeit vier von sechs. Ich sehe, die Regie sagt mir, wir haben immer noch Zeit, Herr Lipowski, machen Sie mal ein bisschen schneller hier. Da fällt mir gerade ein ein episches Spiel fällt mir doch bestimmt noch ein. Wieso blittere ich nicht nach vorne ins Register? Man weiß es nicht. Seite 35. E.T. Der Ex-Triest-Trial oder was auch immer hier hersteht. Ich will nach Haus. Der bis dann größte Film-Erfolg aller Zeiten wird auf dieser Kassette in geraffter Form nachgespielt. Vermutlich in extrem geraffter Form, denn es gibt Speedwands, in dem spielt man dieses fantastische Spiel in zwei bis drei Minuten durch. E.T., das hübsch-schässliche Weltvermonster, ist auf der Suche nach den Telefonzellen, um endlich Kontakt mit seinen außerirdischen Freunden aufnehmen zu können, die ohne ihn die Erde verlassen haben. Was für Arschlöcher. In sechs verschiedenen Bildschirmgrafiken irrt E.T. umher. Ständig droht ihm eine Entführung durch einen plötzlich auftauchenden Wissenschaftler oder einen überall durch einen Agenten. Elliot, sein außerirdischer Freund, ist zur Stelle ihm zu helfen. E.T. streibt durch einen Wald und verschiedene Plateaus mit Fallgruben und verschiedene Plateaus mit Fallgruben landet in Brunnen und als Held am Bildschirmrand unentwegt neue optische Informationen. Vermutlich ist diese Zahl unten gemeint. Das sind epische optische Informationen, die bei jedem Spielstand anders zusammengestellt werden. Das ist doch fantastisch. Immer wenn man spielt dieses E.T.-Spiel, dann stehen da andere Zahlen. Das ist fantastisch. Gelee-Früchte gilt es einzusammeln und schließlich hoffentlich sanft entschweben und mit höherer Punktzahl eine neue Runde zu beginnen. E.T. ist grafisch recht gut getroffen und kann sogar seinen Hals ausfahren. In bestimmten Situationen unerlässlich. Diese Action-Kassette ist für einen Spieler entbehrt erfreulicherweise jeglicher Hektik. Wer einigermaßen geschickt spielt, kann dies stundenlang tun, ohne drohende Abschüsse oder Zehntelsekunden im Rückstand, was manch ein Spieler etwas monoton halten wird. Für etwas monoton, aber der Moderator dieser Sendung ist zu doof zu lesen. Grafik 4 von 6 Toneffekte nur 2 von 6 dabei war es doch hier dass der Atari 2600 einen fantastischen Synthesizer eingebaut hat. Originalität 5 von 6 Beeinflussbarkeit 4 von 6 also 4 von 6 Für etwas könnte das sein 70% für das schlechteste Spiel aller Zeiten was den Videospiele Crash angeblich herbeigeführt haben soll. So das war die erste Sendung von blöd vorlesen irgendwas ich hoffe die Sendung hat einigermaßen gefallen. ich werde mir noch eine dicke Hose anziehen weil die Heizung ist an es ist zu kalt geworden auf Wiedersehen mein Kamerabahn ist tot in der Ecke am liegen deswegen muss ich selbst die Kamera ausschalten